Wie baue ich jetzt ein Formular im LibreOffice auf? Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Es sieht aus wie ein Anmeldeformular für ein Fitnesscenter. Hier als Beispiel nur. Und wenn ich jetzt Formularelemente einfügen will, dann brauche ich unter Ansicht, Symbol, Leisten, brauche ich hier die Formularsteuerelemente. Bei der Auswahl habe ich dann hier diese schwebende Leiste und ich habe jetzt hier Elemente, die ich hier entsprechend einfügen kann. Fangen wir mal an mit dem Textfeld. Wenn wir das hier auswählen, dann können wir hier entsprechende Textfelder aufziehen. Die Textfelder sind so eingestellt, dass sie sich wie ein Buchstabe verhalten. Das heißt, die gleichen sich automatisch in diese Zeile an und richten sich somit hier entsprechend schon aus. Wenn man hier hinten noch die gleichen Längen haben möchte, dann könnte man auch auf das Textfeld draufklicken. Hier kann man dann noch weitere Eigenschaften einstellen. Und hier kann man unter anderem auch sagen, die Breite soll 4 cm sein. Und dann kann man hier entsprechend jedes Element einstellen. Oder man stellt eines ein auf 4 cm und kopiert es dann entsprechend. Dann hat man das auch so, wie man das haben möchte. Mit der Höhe geht es natürlich genauso. Ja, das sind also die Textfelder. Machen wir noch was. Grund des Trainings, da kann ich Markierfelder verwenden. Wenn ich die hier entsprechend einfüge, dann habe ich hier praktisch dieses Kontrollkästchen mit der Bezeichnung. Wenn ich hier doppelt draufklicke, dann kann ich hier dem Markierfeld aber auch einen Namen geben. Also ich kann hier zum Beispiel sagen, abnehmen. Dann steht hier abnehmen. Und ich kann das dann später entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Vorteil von diesem Markierfeld ist, dass man dann mehrfache Nennungen machen kann, im Gegensatz zu diesem Optionsfeld, was ich noch später zeige. Ich füge mal noch mal eins ein. Also hier Markierfeld. Ja, als nächstes fügen wir ein Listenfeld ein. Wenn die Auswahl hier angeklickt ist, dann kann man das hier aufziehen. Dann geht ein Feld auf. Das machen wir erst mal zu. Und jetzt müssen wir dieses Listenfeld noch mit Inhalte füllen. Hier also wieder Doppelklick. Und dann bei Allgemein haben wir hier irgendwo den Inhalt. Wo haben wir es denn? Listeneinträge. Dann machen wir das hier auf. Und dann können wir zum Beispiel schreiben, Yoga, Achtung, Umschalttaste gedrückt halten. Dann kann man in die nächste Zeile springen. Sonst funktioniert das nicht. Wenn ich das ohne Umschalttaste machen würde, dann geht es hier entsprechend zu. Also hier rein, Umschalttaste und dann noch. So, das reicht jetzt erst mal. Das können wir wieder zumachen. Also wir haben jetzt ein Textfeld, ein Markierfeld und ein Listenfeld. Was wir noch machen könnten, wäre hier unter Weitere Steuerelemente. Hier diesen Gruppierungsrahmen, den kann man hier entsprechend aufziehen. Dann kann man hier noch weitere Elemente ausführen. Also diese drei Elemente, die hätte ich jetzt dann als Option auszuführen. wählen. Dann sage ich weiter. Aktiviert soll überhaupt keines sein. Als erstes und das löscht man hier raus. sagen weiter. Dann den Gruppierungsnamen. Da schreiben wir die Frage auf. Wie fit bist du? Und dann sagen wir fertigstellen. So, und dann später können hier diese drei Optionen ausgewählt werden. Allerdings nur eine davon. Und dieser Rahmen hieß hier noch schön drumherum. So, dann wollen wir das Ganze ausfüllbar machen. Dazu speichern wir das Ganze als PDF ab. Also direktes Exportieren. Und dann speichern wir das unter Abfrage. Und rufen sie uns wieder auf. So, und dann sieht man hier. Hier kann ich was eintragen. Ich kann hier, wenn ich drauf klicke, Xe machen. Ich kann hier auf das Listenfeld gehen. Diese Auswahl treffen. Und hier kann ich auch immer nur eine Option davon auswählen. Ich kann hier auf das Listenfeld gehen.